Einen schönen guten Morgen, hier ist der Christoph von Schnorres 58 und heute steht die Verlosung an von diesem Messer hier. Ihr wisst ja, das hat der Stefan gespendet, ich habe die Scheide dazu machen lassen und erstmal danke an den Stefan für das tolle Messer. Ja, und jetzt, es haben 100 Leute mitgemacht, also die sich gemeldet haben, die das Messer gerne hätten und die sind hier alle schön in meinem Büchlein aufgelistet, hat jeder eine Nummer und hier liegen 100 Lose, die mache ich jetzt mal in das Töpfchen. Und, ja, ich darf mich mal bedanken für die vielen netten Zuschriften und drücke jedem die Daumen. So, dann wollen wir mal da reinfassen und wollen mal ein Los ziehen. Ah, ich mische nochmal, wollen es mal ein bisschen spannend machen, nicht wahr? So, jetzt aber hinein und ein Los. Ja, wenn ich den jetzt kriege, hier habe ich eins. So, Leute, das ist die Nummer 38 und da wollen wir mal gucken, hier mein schlauen Buch. Die Nummer 38, 6, 7, 8, ja, hier, vielleicht könnt ihr es lesen, die Nummer 38 ist der Matthias Dittgen. Matthias, du alte Schrapnell, hast schon wieder gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Matthias und schreib mir bitte eine PN mit deiner Adresse und dann kann ich das Teil dir zuschicken. Die Nummer 38, überprüft das nochmal, tatsächlich der Matthias Dittgen. Herzlichen Glückwunsch, Matthias, hast dein Messerchen gewonnen, freut mich ganz besonders. Es hätte mich aber auch gefreut, wenn es ein anderer gewesen wäre und hier sind jetzt die ganzen Lose, nicht dass da einer meint, es wäre geschummelt. Die Nummer 38, alle anderen haben vielleicht beim nächsten Mal mehr Glück und der Matthias hat dieses schöne Messer hier gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ich darf mich bei allen, die mitgemacht haben, bedanken. Bis zum nächsten Mal, denn es steht bald wieder was an und dann habt ihr vielleicht mehr Glück. Jo, das wäre es ein gewesen. Glückwunsch an den Matthias und euch vielen Dank. Und ein ganz besonderer Dank an den Stefan123321 für das Verfügung stellen, zur Verfügung stellen des Messers. Bis dann. Tschüss.